Hallo, mein Name ist Myrtha Belsma und ich unterrichte Cello am Hamburger Konservatorium. Und so klingt der Anfang von Schumanns Fantasiestücke. Und das ist ein Beispiel für ein Stück, an dem ich mit fortgeschriebenen Schülern oder Studierender arbeiten würde. Wir arbeiten an technischen Aspekten wie Bogeneinteilung, Lagenwechsel, Intonation und an musikalische Ideen, wie spiele ich eine schöne lange Phrase und wie kann ich alles, was Schumann geschrieben hat, umsetzen und verstehen. Dafür schauen wir zusammen in die Partitur, um die Struktur des Stückes zu finden und um herauszufinden, wie Cello und Klavier genau interagieren. Zum Schluss noch mal Schumann, aber jetzt mit Klavier. Für weitere Fragen rund um Cello-Studium oder das Cello-Unterricht könnt ihr euch bei uns melden. Hoffentlich bis bald. Tschüss! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020